Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich im Namen der Otto Seidler Bank die Auto 1 Group an der Börse begrüßen zu dürfen und stelle jetzt mal die erste Taxe ein, nachdem ja der Zeichnungspreis bei 38 gelegen hat. Die Taxe ist 53 zu 57 Euro. So, schreiten wir zur Tat. Erster Preis, Otto 1 Group an der Frankfurter Börse 55 Euro. Herzlich willkommen an der Frankfurter Börse.